Seid gegrüßt, Freunde! Hier ist der Eppurey! Mit dem Spiel Sunny Unleashed und ja, wir müssen... Ich habe hier... Wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Nein, nein, da! Unsere Stadt hier besuchen! Tor Gaia! Ist uns Tor Gaia? Auf geht's! Oh, ja! Bum, bum, bum! Fünfter Tempel, Gaia Tor! Und das sieht nach... Ja, wer hauck Ding aus? Leider, ich hätte lieber Lust auf... Sonic, speed in! Juhu! Da-da-da-da-da-da! Und rechts ist noch eine Boss-Tür. Aber darum können wir uns, wenn die Zeit gekommen ist. Nachtlevel! Die Stats... ähm, ja! Die... Ach, ein bisschen blaue Leiste... Fight! Nein! Hm... Irgendwie... Na! Zu früh gefreut! Ja! Ja! So, ähm... Ich wollte irgendwann... irgendwie was sagen. Hm... Jetzt ist es mir glatt entfallen. Ähm... Kleinen Moment... Moment... Gleich, gleich... Ah, ne, da kommen ja noch mehr. Okay. Bevor ich jetzt den weitermache... Kleinen Moment... Ich werde jetzt einfach das während des Partes hier machen. Ich hatte nämlich... ähm... Endlich mal einen Namen bekommen. Für die... Nameless-Typen. Und... Und... Dadurch die jetzt... Dauerhaft Nebendes nenne, werde ich einfach diese Bicken mit den... Ähm... Zacken... Werde ich jetzt... So umbenennen. Ich muss jetzt mal nachprüfen. Ähm... Welches Kommentar das... Wo... Wann war? Ähm... Kommentare... Jupp... Ähm... Der dritt... Nein, nein, nein... Das war's auch nicht. Hm... Falsch... Nein, nein... Ich find's noch. Ähm... Ja... Ich hab's gefunden. Wie wär's mit G-Kreaturen? Hm... Da noch keiner einen Vorschlag gemacht hat... Werde ich G-Kreaturen nehmen. Flo... The Hedgehog... Hat das vorgeschlagen. Und ich werde das jetzt auch... Versuchen mir einzuprägen. Und weiter geht's. Also ihr seid jetzt die G-Kreaturen einfach. Weil... Die Kleinen sind nameless. Ihr seid G-Kreaturen. Das ist doch... Naja... Besser als gar nix. Ach, da oben! Du... Spaßvogel. Du G-Küken. So... Zack... Und runterrollen. So... Tö. Ich hab' die langen Geräte. Oh... Ich weiß nicht... Wofür ist das ein Schleif. Ich reagier... Ich hab' die ausgerufen. Ich hab' die geräutet. Ich hab' die M shutten im Buss. Ich hab' die versprungen. Jetzt kannst du mir nicht mehr. Oh, ich hab' die Luft geflogen. So... Ach ja. Wir müssen einen Ring geholen. Ach Mist, ich wollte ihn abwerfen. Und genau deswegen habe ich dieses Spiel nicht gemocht. Wahrscheinlich gibt... Nee, jetzt habe ich die Kisten kaputt gemacht. Ach... Weil diese Bienen... Die fucken ab! Ach... So... Ach... Zack... Oh ja, ihr könnt euch so übelst gut bewegen. Komm her! Einmal... Oh, hat der einen Rückstoß gekriegt. Und? Ach, der hat es überlebt auch noch, so ein Meteor Smash. Komm her! Ihr seid nervig. Ach... Och nein. Und ihr G-Kreaturen und ihr G-Hündchen rot. Zack. Ich bin mit euren einseitigen Moves. Ja... Klatsch, klatsch, klatsch. Ähm... Gott... Stahlkitzel heißt eigentlich immer... Irgendeinen Schalter, den man dauerhaft drücken muss. Was haben wir denn hier hinten? Hä? Äh... Tipptipptopptopptopptopptopp. Hm... Achso... Vielleicht war es auch dafür... Keine Ahnung. Hm... Ja... Wir werfen ihn logisch... Durch die Wand... So... Oh, hier waren ja noch welche. Schon ein Karton schlagt. Ich will den mitnehmen, im Paketdienst. Wir werfen sie schon mal voraus. Ich dachte wir werfen sie schon mal voraus. Sieht nämlich nach Kampf aus. Klack klack. Sieht sogar sehr verdächtig nach Kampf oder so aus. Hm. Naja. Den einen hole ich mir. Ey. Warum kann ich denn nicht hochhüpfen? Na jetzt. Und. Ach egal. Brauche ich hier nicht. Ah. Wusste ich doch. Kampf. Keine Bienen. Bin enttäuscht. Mehr G-Kreaturen. Ah. Da kommt noch welche. So. Boah. Könnt ihr nicht aufhören. Ihr seid nervig. So. So. Und rüber. Und. Bam. Medawarsmash. Tududududsskauppi. Tududududskaup! Paketdienst. So. 他們, and the Robin. Quangile als Jürgen Einung mitcco- Caveat! medawarsch. Abgeschirmt Wetten Ja Mit einem neuen Gegner Oder nicht Ach kommt Dafür Opfer ich jetzt gerne mal die Ach lol Wer kann die auch werfen Da hab ich eben grad Aber er kann die werfen Ist ja auch lustig Das wusste ich jetzt überhaupt nicht Klatsch Das wusste ich nicht Oh nein Hi Bicky Ah 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 Zack 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 Und er ist tot Geh Hündchen Geh Hündchen Nachschlag Ach ja Du willst Nachschlag Also den kann ich nicht hochnehmen Okay Ich kann aber Gegner hochnehmen Das wusste ich jetzt definitiv nicht Und ich hab keinen geheimen Gegenstand gefunden Und ich hab keinen geheimen Gegenstand gefunden Einen S-Rang Wo ich nix gefunden hab Na gut Level abgeschlossen Und Neue Fähigkeit Ultimative Schlag Schling Schlinge deine Arme noch viermal Okay Neue Mission Form Schön Na klar möchten wir fortsetzen Warum denn nicht Das lädt, lädt Oh, jetzt sind wir außerhalb der Stadt Aber hat man ja, glaube ich, auch schon gesehen So Klack, klack Ah, das gibt nur blaue Leiste Und können wir ja ein bisschen was mitnehmen Ich würde trotzdem mal wissen, wie man die blaue Leiste unterbricht Äh, Battleraum War sowas von zu erwarten Statt, dass man Gegner normal auf der Map sind Nein, es müssen immer diese komischen Battle-Räume stattfinden Weil ich eigentlich ja nichts gegen spreche, aber man sollte es nicht mehr treiben Kann ich euch auch nehmen? Also ich kann mich an die dran heften, das ist auch lustig Na gut Lassen wir mal den Mistentim dran heften Einmal Zweimal Na, da oben will ich nicht hin Ein bisschen blaue Leiste Noch mehr davon Alles, ob ich da nicht Ohne Grab hochkomme Wow Ein brennender Coming Okay Was will mir das sagen? Wasser Brauchen wir Ein Baum still Steckst du dich an Vergiss es Vergiss es Ach, die Klappe da drüben Wo auf den billigen Plätzen So Ein bisschen abkühlen hier alles So Und weiter Nee Kein Fight Das ist ja schön Das freut mich Okay, hier brauch ich den Grab Hoch mit dir, Sonic Okay Okay Stop Fliegt mal weiter Und Schwung Hm Okay Ich schimpf einfach mal über die Vasen drüber Och Snipert er mich Dieses Drecks Ding So Autsch Einfach mal dran festheften Naja, egal Ich kann dich auch bestimmt ignorieren Einfach Oh Grüne Ja, die grünen sind doch nett neu Die hatte ich doch schon Zack Hallo What the fuck Warum finden die sich Einfach so Und Tschüss Plop, plop, plop Explodiert Hi, G-Kreatur Schön, deine Bekanntschaft zu machen Dass du endlich mal einen Namen hast Plop So Häusle, Baue Und den Kasten da irgendwie oben aufgestellt Na gut Moment Hm Warum kann man hier unten lang Hm Hallo Wichtig Son Nick So Fallen Und wieder zurück Supersonic 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 Supersonic, ja Hm 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 Und Schwupp Okay Dann hätten wir das auch Ah Ich hätte eigentlich durchrennen können Ich bin doch bekloppt Hm So Hm Und komm Noch mal der finale Fight Och Ihr wollt mich ja Verwöhnen So Oh Okay Dieser Fitty muss erstmal Drauf Gehen Hier und hier Moves Komm Einer muss erstmal sterben So Dann hätten wir schon mal So Komm her So Zack Gehen Gehen Endlich Drauf Dann Endlich Jetzt zu euch Och Nerven Nicht Ah Mist Schulter hoch So Achso Ihr kommt da her Gar nicht hoch So Dann hätten wir dich auch Och Nerv nicht Jetzt Dir Bienchen Tschüss Passt das jetzt endlich Danke Sieht aus Es wird's weitergehen Ich hab wieder Es wrong Sauber Abgeschlossen Noch 1041 Bis zum nächsten Ja Lädt gerade Lädt 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 Und weiter geht's Nein geht noch nicht jetzt Au Zwischen zwei Klopfen Och Nette Begrüßung Moment Erstmal will ich euch So Plum 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 So Kommt mal alle her Tschüss Schade Schade hat nicht so ganz geklappt Wie ich es eigentlich wollte Ach Auseinander Irgendwie hab ich grad das Gefühl Die Wimode reagiert nicht so Wie sie sein sollte Reagieren sollte Oh Dann lebt ja noch einer Ach Sag mal Okay Zweimal 30 Ringe Das heilt uns zumindest wieder hoch Oh Oh Meine Lieblingsdinger Ach Ach Ja Ich mag das doch Und Ja Hast du nicht wieder mit deinem übelsten Stretcharm Oh Und das geheime Objekt Hoppa Ich wollte gerade sagen Das schaffe ich auch ohne Aber hab keinen Sprint hingekriegt Hi Biene Boah Boah Ich schreie ich Nicht mal einen Kasten So Die kann ich dann nicht nehmen Ach Klappe So Borum Borum Boah So Joom Joom Ähm Sonic Danke Hoi In roter Ventilator. Ich gehe mal davon aus, dass es ein neuartiger Föhn ist. Ah, okay. Trifft er mich auch hier unten? Nö. Ich spiele etwas Logik. Tschüss. Oh. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass der mich jetzt noch aufhält. Ah, das... Naja, halt die Sache noch mal. Dün, 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 dün. Glock, glock, glock. So. Wir nehmen eine Kiste mit. Wir sind Möbelpacker schon wieder. Freiberuflicher Möbelpacker. Ja, du willst die Fackel anmachen, aber das kannst du noch was anderes da machen. Außerdem, sie ist schon an. Und tschüss. Oh, lums. Ach ja. Oh, wir haben einen Gegenstand gefunden. Und... Och. Ja, da ist nicht irgendwie zu erwarten. Zack, 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 zack. Und... GG-Kreaturen-Fahrt zur Hölle. Und da hinten kommt die nächste Ladung. Klack, klack. So. Und... Kleinen Moment. Gerade meinte Java, sich aktualisieren zu müssen auf meinem PC. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob man das mit gemerkt hat. Ich hoffe mal nicht, dass die Aufnahme gestört hat. Ob will ich eigentlich Java immer aktualisieren? Och, komm. Ich will doch nur in das Ziel. Ich hab irgendwie richtig Schiss, dass ich... ...abstürze, weil es doch nicht nicht springen kann. Ich brauch keine Energie, ich bin fast voll. So. Das will ich in einem Satz nehmen. Ach, geschafft! Aber war zu erwarten, dass es hier nochmal einen Kampf gibt. Wahrscheinlich wieder mit... ...irgendeinem... ...Bing... ...obwohl. Ja, das sieht eher aus nach Bienen, weil... ...das sind Kisten. Ach, komm. Geh down. Wie viel Kreaturen kommen denn da noch? Zack. Und... Das... Ihr seid nervig. Könnt ihr nicht endlich mal schwinden? Tschüss. Tschüss. Zack, zack. So. Hier will ich einen Überbraten. Einmal. Zweimal. Wiederbelebigungsversuche waren das. Oh. Hallo, Freunde. Guck mal, ich bin da. Ach. Ach, du und ihre... ...deine Keule. Verdammt. Die Attacke wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen. So. Wo bist du denn? Klappe. Oh mein Gott. Zack, 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 zack. Und... ...tod ist er. Na komm. Oh, da ist auch noch eine Stahlkiste gewesen. Warum kamen keine Bienen? Na egal. Wieder Hesrong. Oh, ho, ho. Sauber. Das freut mich doch. Ähm. Okay. So. Freigespielt. Freigespielt. Gibt's noch einen Level? Scheinbar ja. Warum noch ein Level? Das waren jetzt drei Stück. Ja, es gibt noch ein Level. Ach, herrje. Aber erstmal ein klätteschön Cut. Okay, Freunde. Kommentare freuen mich immer gerne. Und wir sehen uns im nächsten Part. See ya. Tschüss.